Moin moin ich bin's euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich jetzt gerade in Hamburg-Harburg und hier warte ich gerade auf Natururin. Er sollte in kürze mit dem Zug aus Richtung Selle kommen, denn er hat heute die Heidschnuckenweg Wanderung erfolgreich beendet und hier in Hamburg-Harburg muss er umsteigen in den Zug nach Bremen und die paar Minuten Umsteigezeit nutze ich noch aus um mit ihm ein kurzes Video zu drehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim zuschauen. Seht mal wen ich hier in Hamburg-Harburg angetroffen habe, den Natururin. So, ich schille hier mit Natururin am Bahnhofsvorplatz von Hamburg-Harburg und er trinkt mal wieder ein Bier. Und schmeckt's? Ja. Sehr schön. Gefällt mir. Mir auch. Das finde ich voll cool, ich mag das. Krieg ich noch ein Gröbs von dir zu hören? Ich war kurz davor gewesen, aber leider ist der wieder runtergefallen. Schade. Ja. So, Natururin ist jetzt in seinen Zug nach Bremen eingestiegen. An dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.